Und deshalb bleibe ich etwas zurück. Das ist gut, das ist gut. Ich finde ja natürlich auch diese pornösen Stiefel sensationell. Das ist ja der Oberkracher. Wie viele Zentimeter? 14, 10, 12? Ne, die sind 30, aber die sind 20er Plateau. Das sind so typisch in den 70er Jahren. Die sind 30 years, in nächster Saison ist es nur Plateau, Plateau. Und die sind sehr gut und ich finde das gut. Klasse.